Das ist Tom. Er bestellt gerne bei yonk.ch Was er sich schon immer gefragt hat? Wie nutze ich die Bonuspunkte? Ganz einfach! Bei yonk.ch anmelden oder neu registrieren? Beim Einkaufen Bonuspunkte sammeln. Der Einkaufswert entspricht den Bonuspunkten. Also 50 Schweizer Franken sind 50 Bonuspunkte. Und schon 30 Tage nach der Bestellung werden die Bonuspunkte Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Danach können Sie sich die Punkte im Verhältnis von 50 Bonuspunkten zu einem Schweizer Franken auf den nächsten Einkauf anrechnen lassen. Alles klar, Tom? Yeah! Probieren Sie es doch gleich aus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020